Jetzt ist gesehen, bin ich noch immer der mit der meisten Macht. Und eine Boni mit 5% Panzerung. Was soll man denn hier? Fabrik, okay, drum bewegen. Dann greifen wir hier die scheiß Fabrik an. Was mir auch das immer bringen mag, so eine Fabrik. Dann kriege ich mehr Soldaten oder wie? Ah, nee. Ja, ich kriege gar nichts. Was ist denn das für ein Scheiß? Greife ich da drüben noch an? Oh, das könnte hart werden. Das könnte hart werden. Aber ich denke, ich werde es gewinnen. Kommt drauf an, was ich bekomme. XP, was ist das? Kritische Chance. Das brauche ich. Das brauche ich unbedingt. Ich muss das Gebiet erobern. Und dann kriege ich eine Boni von 5% kritischer Schlag. Das bringt es zu übelst. Nein, nicht schließen. Nein. Oh, Fick. Und das werde ich schon gewinnen, aber das wird dann ziemlich knapp. Annehme. Noch gewonnen. Okay, das reicht erst mal. Ist das gut? Was sind denn das überhaupt für Krieger? Die habe ich doch gar nicht da hingeschickt. Egal. Und da unten habe ich auch noch Krieger. Da oben irgendwo in Nordamerika, in Indonesien. Keine Ahnung. Ist ja auch egal. Aber hier, diese Grafik ist schon richtig geil. Tun die mir eigentlich was, diese... Äh. Okay, ich kriege keine Erfahrung dafür, dass ich meine eigene Artgenossen umbringe. Ja. 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 Schon gar... Irgendwie. Ruhig. E-Pisch. Einfach nur E-Pisch. Richtig E-Pisch. Oh, nee. Die sind trotzdem wild, oder was? Was muss ich jetzt machen? Ist mir jetzt nicht ganz klar. Aha, okay. Ziel erreicht. Jawohl. Halt's mal. Ich poliert dir gleich die Fresse. Äh. Hi. Ja. Hi. Ach, Traumwandler. Warum wanderst du in meinen Träumen? Lange hast du nach dir gesucht. Doch bin ich es, der dich sucht. Ja. 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 Dafür wirst du als erstes den Splitter brauchen. Ich glaub, der ist ein bisschen zu lang hier gewesen. Ja. 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 Ich weiß nicht, der gehört in die Klapse. Äh, apropos Eva. Sie ist kurz davor, ziemliche Prügel zu beziehen. Wir müssen einen dieser heiligen, stillgelegten Brunnen finden, diesen Seelenbrunnen. Weißt du, was ich meine? Srane, Srane. Suche nach den vergessenen Liedern. Nur dann wirst du den Mitraja Ramonum finden. Zuerst würde ich die Splitter brauchen. Wir werden sie auf der Weidenlichtung finden. Aber viele Tattoos sind an diesen heiligen Ort eingedrungen. Darum hat Eva dich zu mir geschickt. Ach, du Scheiße. Ja, noch mehr Blutvergieß. Das klingt gut. Langoray. Wie sich das anhört. Langoray. 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 Möchte, dass sie im Weiden-Tal drei Splitter suchen. Ja. Okay. Ich mach kurz mein Fenster kaputt, dann hab ich auch drei Splitter. Oder wie meint man das? Welche Splitter? Das hätten wir. Ah, ich seh nichts. Ist alles so hell. Wir dürfen jetzt also erstmals nachts durch den Urwald laufen. Und, na, viel sind auch Menschen da. Boah, der will mich mit einem Flammenwerp hier umbringen. Also so geht's gar nicht. Meine Güte. Einfach zu schwache Gegner. Die sind einfach zu schwach für mich. Keine große Herausforderung. Allerdings, alles was von der Luft kommt, ist eine Herausforderung. Weil ich bin... Ich hab nur einen Bogen. Und es ist irgendwie komisch, wenn ich mit einem feinen Bogen auf... Ach du fuck. Mit auf Flugzeuge schießt. Das ist doch irgendwie... Ja, ich will mich auch nicht. Wer will sterben? Jeder darf sterben. Einen nach dem anderen. Nicht alle auf einmal. Wo ist denn der letzte Splitter? Da oben. Okay. Was ist hier rüber? Meine Güte. Seid ihr schlecht. Mein armes Mikrofon muss alles aushalten, was ich sag. Was ist hier rüber? bett ja World und 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 due den wir nun Oh ne, jetzt sind wieder diese Hunde da, die mich sofort angreifen, obwohl ich gar nix mache. Halt's Maul. Komm her. Ah, ich seh nix. So, ich hab deine scheiß drei Splitter. Ah, Silsan, die drei Splitter. Das hast du gut gemacht. Das hast du gut gemacht. Wir werden viele Lieder brauchen. Eine Weide ist nur der Anfang der Reise. Ja, 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 ja. Ich werde nun dieses Lied einsammeln. Lied einsammeln. Okay. WT, äh. Was machst du da? Wir müssen Baum harmonisch hinziehen. Splitter mit Baum verbinden. Helfen harmonisch hinfinden. Harmonisch hinfst schlafenden Seelenbrunnen zu finden. Oh nein. Oh nein. Boom. Headshot. Lungure. 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 Oh nein. Lungure. Lungure. Er ist tot. Ermordet. Was sollen wir denn jetzt machen? Was sollen wir denn jetzt machen? Du beendest. Entziehe harmonische. Ich? Du machst wohl Witze. Ich weiß nichts über harmonische. Genug geredet. Entziehe harmonische. Entziehe harmonische. Was beint der damit? Ich verstehe kein Wort, was sie labern. Ja, level up, level up, level up, level up. Level up. Oh, Munchipack. Oh, ho, ho. Geiler Zauber. Ja, man. Wieder neue Waffen. Leucht ja wie... Leucht ja prima. Hier. Jetzt ist zwar diese Lungure tot, aber das macht nix. Ja, das macht nix. Vielen Dank.